Leute, die ganze Stadt flippt einfach mal aus wegen einer Frau, wegen einer, einer einzigen Frau, guck mal, es ist überall da, wenn man jetzt das Auto irgendwo parken und dann zu Fuß, beziehungsweise mit der Bahn einfahren, weil, tschau. Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Jay und wir sind auf dem Rihanna-Konzert. Es gibt heute leider keine Interview, schön wär's, aber ich wollte euch einfach mal mitnehmen und euch ein paar Einblicke zeigen und es ist mega extrem krass voll. Das wird auf jeden Fall noch sehr viel Spaß in der Schlange, für die, die sich da sehen können, im Rhein-Energie-Stadion in Köln tritt die schöne Frau hier heute auf und ja, bis gleich. Oh mein Gott! 寶ge. Whoa! Oh mein Gott! Godst. 디自由? Oh mein Gott! Whoa! Whoa! Oh nochmal, oh gotcha! Wow! Oh CHAA! Das war's für heute. I'm really sure I've been about something in the way you knew I'm really sure I've been about something in the way you've 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 all right but damn that's a that's a fucking epic welcome thank you so much let me welcome you back welcome you to the anti-world tour so 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 Leute es ist immer noch rappelvoll ey alles wegen einer einzigen Frau ich fahre jetzt nach Hause der Abend war wirklich krass ich bin immer noch so ich habe mir nicht klar ich hoffe es hat euch gefallen und abonniert auf jeden Fall diesen Kanal wenn ihr Bock habt auf mehr solche Einblicke und bis zum nächsten Mal dann 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017